Willkommen zurück Freunde bei Z-Lines Mission 20, jawoll Ich hoffe, dass es mich nicht verrät und irgendwann mal ein bisschen 19 sagt, nein, nein, ihr habt es schon richtig gehört, Mission 20 So, wo war man stehen geblieben? Achso, ich kann gerade nichts bauen Weil alles gerade so beschäftigt ist und weil ich natürlich hier jetzt endlich mal Ein Meister braucht zum Werkzeug herstellen Und solange das nicht passiert, habe ich hier voll Arschkarte Weil ohne Werkzeug kann ich gerade nichts mehr machen Ja, ganz, ganz schlecht Deswegen soll jetzt mal hier einer kommen und anfangen zu bauen Und ich hoffe, oh, 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 die kommen hier jetzt ziemlich nah Scheiße, wenn ich jetzt nicht demnächst anfange Waffen zu produzieren Warte mal, ich muss hier ganz kurz, ich muss Moment Ich muss hier ein bisschen was verändern Vielleicht bringt das was Wenn irgendwo zu viel drin waren, verteilt es sich jetzt noch Ah, die haben schon hier Ah, okay, hat noch gereicht Glück gehabt Kann ich sie da umstellen So Okay Wie gesagt, jetzt muss ich trotzdem warten Aber so wie es aussieht, läuft es Und ich hoffe auch, dass ich dann gleich einen reinkriege hier Jetzt bräuchte ich hier noch ein bisschen Holz Wenn das dann noch kommt Kann ich schon essen? Nö Wir auch Klar Okay, hier ist jetzt ein Baumeister Bisschen Holz, komm Leute, mach keinen Scheiß So Ah, ich hätte es auch hier oben hinbauen können Seht ihr? Ja gut, jetzt steht es schon hier unten Hier oben können wir vielleicht dann nochmal eine zweite Schmelze hinbauen Das wird wohl eher passieren Ja Aber erst wenn das hier unten alles okay jetzt hier ist Ihr bringt es erst ins Lager und dann hier runter Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hoffe auch, dass es hier ist Gut, arg viele Baustellen sind es jetzt nicht mehr Oh mein Gott Das wird knapp Auch bis ich Soldaten nachher produziere Was fehlt denn dir jetzt noch? Holz oder was? Dem fehlt auch noch was Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist die Mühle hier? Kriegt er es? Kriegt er es? Kriegt er es? Nein, kriegt er nicht War klar Ihr bringt jedes beschissene Brett erst mal hierher Es ist ein schlechter Scherz, oder? Oh mein Gott Ich glaube, ich lebe in einer Welt voller behinderter Menschen Ah, hier kommt Ah, gut Der kriegt jetzt mal hier, dass wir Waffen produzieren Ja, endlich Wir dauern mal Zeit An dem fehlt es jetzt nämlich noch Scheiß aufs Gold jetzt gerade Die Waffen hier Priorität Waffen Gold wird da sowieso geschmolzen So, jetzt bekommt der noch ein Brett Dann wäre ich zwar verbunden, wenn der noch ein Brett kriegt Wofür braucht denn der hier? Ich hoffe, dem reicht eins Was fehlt denn dir noch? Auch noch Bretter Oh Mann Denen fehlen alle noch Bretter Wie immer, das alte Holzproblem Das ist ja halt nicht klar Rufnix, ne? Kennt ihr? Wisst ihr, wie das bei mir läuft, ne? Guck mal, die hört Hier haben sie schon Imbar Soldaten Und Volle Besetzung Und ich hab gar nichts Die reifen jetzt bestimmt bald an Scheiße So, der ist jetzt bald fertig hier Wie sieht es aus? Hat er angefangen? Nein, immer noch nicht Wo ist das Holz hin? Wie ihr gerade gebracht habt Okay, der ist fertig Kommt jetzt einer gleich zum Waffenproduzieren, oder? Wie sieht es aus? Bitte Schick einen raus Die machen mich sonst platt Die machen mich platt Das wird echt übelst Wenn die jetzt hier keinen rausjagen gleich Ich denke, die werden auch gar nicht lang warten Und Hier tut sich was, oder? Ne, noch nicht Ich bin schockiert Das tut sich unten Warte noch Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Ich hab die Hoffnung aufgegeben Dass ich noch pünktlich Rechtzeitig irgendwas bekomme Ich glaube Das wird ein bitteres Ende geben hier Wenigstens gibt es Gold Das ist die einzige Hoffnung Wo ich gerade habe Und ich hoffe Und ich hoffe, dass dann hier auch ein Meister reinkommt Wo er baut Bring es ihm Bring es ihm Bring es ihm Ich sag es dir Ich warne dich Nein Ich stehe gerade wirklich auf 120 hier Hier kommt so wenig Holz gerade Hat da der PC mich wirklich gefickt, ey Ganz ehrlich Der KI Also das muss ich ihm echt übel nehmen jetzt Das muss mal gesagt sein So, hier würde ich mal den Weg abschneiden Und direkt hier an die Waffenschmiede machen Am besten Der kriegt einen eigenen Weg hier Geht nicht Felder im Weg Naja, klasse Haben wir jetzt noch einen Siedler? Naja, genug Okay Bestimmt wegen den Feldern ging es nicht So ging es Klingt aber nichts Brauchen sie es so lang Hat er Essen gekriegt? Unglaublich So, und du? Hast du nochmal ein bisschen Holz gekriegt? Ach, du Scheiße Das schaffe ich doch nie mehr Bis ich hier Waffen produziert habe Ach, du Scheiße Ich muss kurz umstellen Ich muss kurz alles rausnehmen Hier ist schwach Hier ist mittel Hier ist mittel Und hier ist voll Jetzt müssten sie ja eigentlich rausgehen, oder? Tun sie nicht Achso, ich habe das Falsche verstellt Moment Wie war es jetzt? So So war es richtig, oder? Bin ich so richtig? Schwach Mittel Gut Voll Ja Wie müssen wir es jetzt verstellen? Es bringt gar nichts Habe ich gesehen Die laufen gar nicht raus Weil überall schwach ist Und wenig Ich sehe es schon kommen Hier wird jetzt gleich ein ganz schönes Stückchen Land fehlen Das würde ich niemals einholen Selbst in 100 Jahren nicht Da muss er nämlich erst mal produzieren hier, richtig? Warte, ich muss nochmal probieren Es muss doch irgendwie gehen, verdammte Scheiße Dass man das hier irgendwie umstellt Ich mache jetzt einfach mal alles auf Minimum So, jetzt müsst ihr doch eigentlich alles verteilen, oder? So, jetzt Ah, jetzt Jetzt wird es nochmal verteilen, denke ich Jetzt haben wir auf Minimum gemacht alles Und jetzt müsst ihr rein theoretisch hier auch besetzen Die wichtigen Gebäude hier unten noch Genau Er tut's Er tut's Er tut's Ja Sie laufen Also wir haben unser Land gerettet So wie es aussieht Boah Glück gehabt Wird mir nicht gefallen Aber ist mir auch scheißegal jetzt So, guck jetzt, dass du hier fertig wirst, Mann Eiert hier rum wie so ein Depp Guck, mir wird noch Platz für nochmal eine Waffenschmiede und eine Schmelze dann Hier und hier Die zweite, die Ersatz Die natürlich mitproduzieren darf Sind wir nicht abgeneigt So, jetzt aber ganz schnell hier raus Darunter Rein Weg Drück's hier weg hier Und dann tue ich wieder voll besetzen Wenn die mich jetzt angreifen, habe ich nämlich echt ein Problem Das ist nämlich nicht gut Ja Glück gehabt Aber voll Glück gehabt So Ich werde mich auch gar nicht weiter ausbreiten, das reicht Mehr Platz brauche ich nicht Zum Gewinn Das reicht nicht, die dann angreifen und die dann platt macht Die Wichser So, jetzt Wie war es jetzt Oh mein Gott Schwach Mittel Mittel Na gut Gut Voll Hier war es Minimum Schwach Mittel Gut So war es glaube ich Ja Ja So jetzt haben wir wieder den Ausgleich Neue Verteilung Ich fühle mich schon besser, dass die besetzt sind Der Rest ist mir eigentlich wurscht gerade Jetzt kann man auch hier gucken, dass es hier, wenn das fertig ist, dass es jetzt anfängt zu arbeiten So jetzt verteilt er noch ein paar Hoffentlich auch an der richtigen Stellen Da muss noch voll werden Stimmt Wohl vergessen Wieso geht bei der Waffenproduktion noch nix Achso stimmt Da hier Der fehlt noch Kommt da jetzt einer Bitte Da muss einer kommen Weil wenn da jetzt keiner kommt Ach Gott sei Dank So wie es aussieht Ne das ist der Bäcker oder Das ist bestimmt der Bäcker Äh nicht der Bäcker Der Müller Ich habe echt ein Problem jetzt Da jetzt keiner rauskommt Ein Riesenproblem Muss ich irgendeinen Betrieb abreißen Was hier das hier braucht Aber ich weiß nicht was Benötigt wird Zum da reinstopfen Das ist jetzt mein Problem gerade Klar war das der Bäcker Oh mein Gott Boah Was kommt da für einer rein Was ist denn das für einer Vier Ich habe keine Ahnung Ich kann auf jeden Fall keine Waffen produzieren Wenn das so weiter geht Da kommt er Das müsste er sein oder Ich befürchte es ist der Richtige Jetzt produziere irgendwas Ist mir scheißegal Hauptsache es bringt mir was Oh Mann die wollen meine Mine einreißen Werden sie auch schaffen Gut ich verzichte auf die Ja Er ist da oder Ja Ja Glück gehabt Jetzt bringt dem mal ein bisschen Material Hier Holz Unser Zeugs Ich baue ja extra jetzt gar nichts Mit dem Holz Oder halt ich verzichte jetzt gerade Ihr solltet mal Eisen bringen Hallo Okay hier ist auch mal gesichert dafür Statistiker sagt sie Okay militärisch Ganz schlecht stehe ich da Ich glaube schlechter kann man gerade gar nicht dastehen Okay Ihr dürftet jetzt gerne mal Material bringen Damit der hier arbeiten darf Was soll er denn herstellen Hammer oder Hammer Und Zange Und Ich weiß nicht Brauchen wir das Ein Waffenschmied Ich habe keine Ahnung Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr Haben wir ja noch eine Okay gut dann ist es wurscht Also noch Hammer herstellen Das macht ihr ja sowieso So und wie geht es hier unten weiter Gut Lagert ihr eigentlich Holz ein Kann es sein Ne nur nicht Ich habe nur Schiss Dass die jetzt demnächst hier angreifen Die sind voll besetzt Ich glaube es nicht Haben sie das geschafft Keine Ahnung Shit Der wird es bestimmt schaffen oder Könnte knapp werden Könnte knapp werden Das ist bitte kein Gold mehr Leute was ist los Bringt mal ein bisschen was Bretter hier runter Zu dem Eisen hat er Jetzt will ich noch ein Brett Wieso bringt ihr immer die Scheiß Bretter ins Lager Guck mal ich mache es euch jetzt sogar ein bisschen einfacher So Das dürfte hier Spinnennetz verfahren Geh nicht oder Scheiße Aber hier zumindest Müsstet ihr es doch irgendwie hinkriegen Naja ich gebe die Hoffnung auf in diesem Part Deswegen sehen wir uns gleich im nächsten Part Bleibt auf jeden Fall dran Ciao